Sir Arthur Conan Doyle – Das Tal des Grauens Zweiter Teil – Die Rächer Erstes Kapitel – Der Fremde Es war der 4. Februar des Jahres, 1800 sowieso, der Ausläufer eines außerordentlich harten Winters. Tiefer Schnee lag in den Klüften der Gilmertonberge. Die Geleise der Eisenbahn hatte man mit Schneepflügen freihalten müssen. Der Abenzug der Eisenbahnlinie, die eine Reihe von Kohlenwerkwerken und Eisenwerken verbindet, keuchte langsam die Steigung von Stagvill, das unten in der Ebene liegt, nach Vermissa hinauf, dem am Kopfe des Vermissatales gelegenen Hauptort des Industriebezirkes. Von dort senkte sich die Spur hinunter nach Bartons Crossing, Helmdale und der hauptsächlich ackerbaubetreibenden Grafschaft Merton. Lange Reihen von Güterwagen, hochbeladen mit Kohle und Eisenerz, die an jeder Ausweichstelle der eingleisigen Bahn aufgehäuft waren, sprachen von dem in dem Schoß der Erde verborgenen Reichtum, der nach diesem abgeschiedenen Winkel der Vereinigten Staaten eine raue Bevölkerung und überschäumendes Leben gebracht hatte. Es war ohne Zweifel ein öder und abgeschiedener Winkel. Derjenige, der zuerst seinen Fuß dorthin setzte und das Tal durchwanderte, ahnte sicherlich nicht, dass die prächtigsten Steppen und saftigsten Weideländer im Vergleich zu diesem düsteren Land felsiger Klüfte und unwegsamer Wälder geradezu wertlos waren, über die dunklen, fast undurchdringlichen Wälder auf beiden Seiten blickten drohend die kahlen Gipfel der Berge, bedeckt mit Schnee und gekrönt von schartigen Felsspitzen. In der Mitte lag das lange gewundene Tal. Tal aufwärts nahm der kleine Zug stöhnend seinen Weg. Man hatte soeben die Öllampen im vordersten Personenwagen angezündet, in dessen langem, kahlen Innenraum sich etwa 20 bis 30 Leute befanden. Die Mehrzahl dieser Leute bestand aus Arbeitern auf der Heimreise von der Tagesarbeit in den tieferen Strichen des Tales. Wenigstens ein Dutzend bekundete sich durch die geschwärzten Gesichter und die Grubenlampen, die sie mit sich trugen, als Bergleute. Sie saßen rauchend in einer Gruppe vereint und sprachen mit gedämpften Stimmen, indem sie gelegentlich zu zwei Männern am entgegengesetzten Ende des Wagens hinüberblickten. Deren Uniformen und Abzeichen sie als der Polizei zugehörig erkennen ließen. Der Rest der Wageninsassen bestand aus einigen Frauen der arbeitenden Klasse und ein oder zwei Reisenden, die sehr wohl kleine Kaufleute aus der Umgebung sein mochten, sowie einem jungen Mann, der in einer Ecke für sich alleine saß. Wir wollen uns diesen genauer betrachten, denn er spielt in unserer Erzählung eine wichtige Rolle. Er hatte eine frische Gesichtsfarbe und eine untersetzte Gestalt. Nach seinem Aussehen würde man ihn für nahe an die Dreißig halten. Große, intelligente, humorvolle Augen hinter Augengläsern überflogen von Zeit zu Zeit die Reisegesellschaft. Wie man leicht sehen konnte, war er von anspruchslosem, aber freundlichem Wesen, anscheinend bestrebt, jedermanns Freund zu sein. Man brauchte kein Menschenkenner sein, um ihm eine mitteilsame, gesellige Natur von heiterer Veranlagung zu erkennen. Wer ihn indessen Eingehender betrachtete, konnte nicht verfehlen, eine ungewöhnliche Festigkeit der Kinnbildung und des Mundes zu bemerken, die auf größere Tiefen deutete und wohl den Gedanken aufkommen lassen konnte, dass dieser sympathische, braunhaarige junge Ihre den Stempel seiner Persönlichkeit, ob im guten oder bösen Sinne bleibe dahingestellt, jeder Gesellschaft, in der er sich befand, aufdrücken würde. Nachdem er an dem ihm zunächst sitzenden Bergmann einige einladende Bemerkungen gerichtet, jedoch darauf nur kurze, unfreundliche Antworten empfangen hatte, bewahrte er ein entsagendes Stillschweigen und starrte missmutig aus dem Fenster in die dämmerige Landschaft hinaus. Es war kein erfreulicher Ausblick. Durch die sinkende Dunkelheit zuckte die rote Glut der Hochöfen beiderseits des Talhanges. Berge von Schlacke und anderem Abfall waren auf den Halden zu beiden Seiten der Bahn aufgehäuft und darüber erhoben sich die turmartigen Aufbauten der Kohleschächte. Längs der Bahnstrecke waren Gruppen schäbiger Holzhäuser verstreut, deren Fenster sich allmählich in dem Lichtschein von innen abzuzeichnen begannen. Die vielen Haltestellen waren von schmierigem, rusigen Einwohnern bevölkert. Die Eisen- und Kohletäle des Wermissa-Gebietes waren kein Aufenthalt für die Müßigen und Kultivierten. Überall sah man finstere Spuren des rauesten Existenzkampfes, der schweren Arbeit und der ungeschlachten Männer, die sie ausführten. Als der junge Reisende das düstere Bild der Landschaft in sich aufnahm, konnte man in seinem Gesicht eine Mischung von Widerwillen und Interesse erkennen, die darauf hindeutete, dass es ihm neu war. Öfters zog er aus seiner Tasche einen umfangreichen Brief, in dem er nachlas und auf dessen Rand er Anmerkungen kritzelte. Einmal holte er aus seiner Weste etwas hervor, das man kaum im Besitz eines anscheinend so gutmütigen Menschen vermutet hätte. Es war ein Armeerevolver größten Kalibers. Als er diesen schräg dem Lichte zukehrte, gewahrte man Messinghülsen in der Trommel, die zeigten, dass jeder Lauf geladen war. Schnell barg er ihn wieder in seiner geheimen Tasche, aber nicht ohne, dass ein Arbeiter, der auf der benachbarten Bank saß, es bemerkte. »Hallo, Kamerad«, sagte er, »Sie sind gut gerüstet.« Der junge Mann lächelte mit allen Anzeichen der Verlegenheit. »Jawohl«, antwortete er, »wir gebrauchen dergleichen manchmal in dem Ort, wo ich herkomme.« »Und wo ist das?« »Ich war zuletzt in Chicago.« »Fremd hier.« »Jawohl.« »Sie werden ihn hier vielleicht auch gebrauchen«, sagte der Arbeiter. »So, so«, antwortete der junge Mann, anscheinend interessiert. »Haben Sie denn nichts gehört von dem, was sich hier begibt?« »Nichts Besonderes.« »So, ich habe geglaubt, dass man überall davon redet. Sie werden es schnell genug erfahren. Was führt Sie hierher?« »Ich habe gehört, dass es hier Arbeit für willige Leute geben soll.« »Gehören Sie zu einer Gewerkschaft?« »Selbstverständlich.« »Dann werden Sie auch Arbeit kriegen. Haben Sie Freunde hier?« »Noch nicht, aber ich hoffe mir, welche zu machen.« »Wieso das?« »Ich bin bei der Loge der freien Männer. Wir haben Niederlassungen in jeder Stadt, und in jeder Niederlassung werde ich Freunde finden.« »Diese Bemerkung hatte auf den anderen eine eigenartige Wirkung.« Er sah sich verstohlen nach seinen Mitreisenden um. Die Bergleute bildeten immer noch eine abgesonderte, flüsternde Gruppe. Die zwei Polizisten am entgegengesetzten Ende des Wagens dösten. Er kam herüber und setzte sich neben dem jungen Mann, ihm die Hand entgegenstreckend. »Schlangen Sie ein!« sagte er. Der junge Fremde tat es mit einer eigenartigen Bewegung. »Ich sehe, Sie sprechen die Wahrheit. Aber man muss heutzutage sicher gehen.« Er hob seine rechte Hand an die rechte Augenbraue, der Fremdling die linke an das linke Auge. »Dunkle Nächte sind bedrückend!« sagte der Arbeiter. »Jawohl, für einsame Wanderer!« sagte der andere. »Die Sache hat Ihre Richtigkeit. Ich bin Bruder Scanlan, Loge 341, Vermissa Valley. Ich heiße Sie hier willkommen.« »Danke. Ich bin Bruder John McMurdo, Loge 29, Chicago, Logenmeister J.H.Scott. Ich freue mich, so schnell einen Bruder zu finden.« »Na, es sind genügend von uns da. Sie werden kaum irgendwo anders in den Staaten die Loge so zahlreich vertreten finden, wie gerade hier im Vermissertal. »Solche jungen Leute wie Sie können wir hier gut gebrauchen. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass ein gesunder, kräftiger Mensch und Gewerkschaftler in Chicago keine Arbeit finden kann.« »Ich hätte genug finden können«, sagte McMurdo. »Warum sind Sie dann fortgezogen?« McMurdo nickte in der Richtung nach den beiden Polizeileuten und lächelte. »Die zwei Leute würden sich freuen, das zu hören«, sagte er. Scannon seifzte mitfühlend. »In Schwierigkeiten?«, fragte er flüsternd. »Brunnentief.« »Eine Strafsache?« »Und Sonstiges.« »Jemand dabei umgekommen?« »Es ist noch etwas verfrüht, über solche Sachen zu sprechen«, sagte McMurdo in der Haltung eines Mannes, der sich verleiten ließ, mehr zu sagen, als er wollte. »Ich hatte meine guten Gründe, Chicago zu verlassen, und das muss Ihnen für den Augenblick genügen. Wer sind Sie denn überhaupt, dass Sie mich über solche Sachen ausfragen wollen?« Zorn und Ärger blitzten bei diesen Worten aus seinen grauen Augen hinter den Gläsern hervor. »Na, na, Kamerad, nichts für ungut. Unsere Jungen werden nicht schlechter von Ihnen denken, wenn Sie etwas angestellt haben. Wo wollen Sie denn hin?« »Nach Vermissa.« »Das ist die dritte Station von hier. Wo werden Sie dort wohnen?« McMurdo nahm ein Kuvert aus seiner Tasche und hielt es dicht an die trübe Öllampe. »Hier habe ich die Adresse. Jacob Shester, Sheridan Street. Das ist eine Pension, die mir von einem Bekannten in Chicago empfohlen wurde.« »Mir unbekannt, aber in Vermissa bin ich nicht zu Hause. Ich wohne in Hobsons Patch, wo wir eben einfahren. Vor dem Aussteigen möchte ich Ihnen noch einen guten Rat geben. Wenn Sie in Vermissa in Schwierigkeiten geraten sollten, gehen Sie geradewegs zum Unionhaus und suchen Meister McGinty auf. Er ist Logenmeister der Loge in Vermissa, und in dieser Gegend hier geschieht nichts, was dem schwarzen Jack McGinty nicht passt. »Auf Wiedersehen, Kamerad. Vielleicht treffen wir uns einmal abends in eine Loge-Sitzung. Denken Sie an das, was ich Ihnen gesagt habe. Wenn Sie in Schwierigkeiten sind, gehen Sie zum Meister McGinty.« Nachdem Scandon ausgestiegen war, blieb McMurdo wieder alleine mit seinen Gedanken zurück. Die Nacht hatte sich inzwischen herniedergesenkt. Die Flammen der vielen Öfen an beiden Seiten der Bahnstrecke loderten brausend zum Himmel empor. Sie bildeten den grellen Hintergrund dunkler Gestalten, die man in allen möglichen Stellungen sah, gebeugt, hoch aufgerichtet, kniend, liegend, ziehend und schlagend. Dazu das Knirschen und Dröhnen der Krane und der Rhythmus dröhnender Hämmer und Maschinen. »So, Anne, ich muss es in der Hölle aussehen, glaube ich,« hörte er eine Stimme neben sich. Als sich McMurdo umwandte, sah er einen der beiden Polizisten, der seinen Platz gewechselt hatte und nun in die flammende Öde hinausstarrte. »Ich glaube allerdings auch,« sagte der andere Polizist, »dass es in der Hölle nicht schlimmer sein kann. Wenn es dort noch größere Bösewichte gibt als einige hier oben sind, die ich mit Namen nennen könnte, dann will ich mich hängen lassen. Sie sind wohl fremd hier in dieser Gegend, junger Mann?« »Und wenn schon,« antwortete McMurdo barsch, »ich frage darum, mein Lieber, weil ich Ihnen raten möchte, vorsichtig in der Wahl Ihrer Freunde zu sein. Ich würde an Ihrer Stelle nicht mit Michael Scanlon oder einem seiner Bande den Anfang machen.« »Zum Teufel! Was geht Sie das an, wer meine Freunde sind?«, brauste McMurdo auf mit einer Stimme, die man im ganzen Wagen von einem bis zum anderen Ende hören konnte. »Habe ich Sie um Rat gebeten, und halten Sie mich für so blöd, dass Sie annehmen, ich könnte nicht ohne Ihre Ermahnung fertig werden. Reden Sie, wenn Sie gefragt werden, und, weiß Gott, soweit es auf mich ankommt, können Sie darauf lange warten.« Mit vorgestrecktem Kopf und gefletschten Zähnen, wie ein knurrender Hund, stierte er die beiden Polizisten an. Diese schwerfälligen, gutmütigen Menschen waren ganz verblüfft über den Ausbruch des Zornes, den ihre freundschaftlichen Bemerkungen hervorgerufen hatten. »Nicht so ungut, Fremder!«, sagte der eine. »Unser Rat war nur zu Ihrem Besten gemeint, da Sie hier doch unbekannt sind, wie Sie sagten.« »Ich bin hier zwar unbekannt, kenne aber Euch und Euresgleichen!«, schrie McMurdo in voller Wut. »Ihr seid überall die Gleichen und drängt einem fortwährend Ratschläge auf, die niemand haben will.« »Ich glaube, wir werden von Ihnen in nicht allzu ferner Zeit noch hören,« sagte einer der beiden Polizeileute grinsend. »Sie scheinen ja ein ganz Ausgekochter zu sein, wenn ich mich nicht täusche.« »Es kommt mir auch so vor,« bemerkte der andere. »Ich glaube, wir werden bald mit ihm zu tun bekommen.« »Ich habe keine Angst vor Euch! Bildet Euch das nicht ein!«, rief McMurdo. »Ich heiße Jack McMurdo, und wenn Ihr etwas von mir wollt, so könnt Ihr mich bei Jacob Shafter in Vermissa Sheridan Street finden. Wie Ihr seht, brauche ich mich nicht vor Euch zu verstecken. Ob Tag oder Nacht, ich habe keine Angst, Euch in die Augen zu sehen. Das merkt Euch!« Ein beifälliges Murmeln und Äußerungen der Bewunderung über das furchtlose Auftreten des Fremden drangen von den Bergleuten herüber, während die beiden Polizisten sich achselzuckend beschieden, ihr Gespräch miteinander wieder aufzunehmen. Einige Minuten später fuhr der Zug in den trüb beleuchteten Bahnhof ein, und der Aufbruch wurde allgemein, da Vermissa weitaus die größte Station auf der Strecke war. McMurdo ergriff seine lederne Handtasche und war eben im Begriff, in die Dunkelheit hinauszuschreiten, als ihn einer der Bergleute ansprach. »Zum Teufel, Kamerad! Sie wissen, mit diesen Karls umzugehen!«, sagte er mit ehrfürchtiger Scheu in der Stimme. »Es war großartig, Ihnen zuzuhören. Lassen Sie mich Ihnen die Tasche tragen und den Weg zeigen. Ich muss an Schäfter vorbei. Meine Hütte liegt auf demselben Weg.« Als sie an den anderen Bergleuten vorbeigingen, wurde ihnen allseitig ein freundliches »Gute Nacht« zugerufen. Bevor noch der ungestüme McMurdo seinen Fuß in Vermissa niedergesetzt hatte, war er schon zu einem Mann von Ruf geworden. Wenn schon die Umgegend ein Ort des Grausens war, überbot die Stadt selbst noch das niederdrückende Gefühl, das man von jener empfing. Das Tal draußen entbehrte wenigstens nicht einer gewissen düsteren Größe, durch die mächtigen Feuergarben und Rauchwolken, die vielfachen Anzeichen von Betriebsamkeit und Kraft, denen der Mensch in den gehäuften Bergen von Schlacke passende Denkmäler errichtet hatte. Die Stadt selbst stellte indessen den Höhepunkt schäbiger Hässlichkeit von Schmutz und Unflat dar. Der Wagenverkehr hatte die breite Straße zu einem bräunlichen, gefurchten Brei von Schmutz und Schnee aufgerührt. Die zahlreichen Gaslampen ließen lediglich eine lange Reihe von Holzhäusern, jedes mit einer Veranda davor, alle verlottert und von Schmutz starrend erkennen. Gegen den Mittelpunkt der Stadt zu, wurde der Anblick freundlicher. Durch eine Reihe wohlbeleuchteter Läden und eine Gruppe von Likörstuben und Spielclubs, in denen die Bergleute ihre sauer verdienten, aber reichlichen Löhne vergeudeten. »Das hier ist das Unionhaus,« sagte der Führer, indem er auf ein Gasthaus, das sich fast bis zur Würde eines Hotels erhob, wies. »Es gehört Jack McInty.« »Was für ein Mensch ist das?« fragte McMurdo. »Was? Sie haben noch nie von ihm gehört.« »Wie konnte ich? Es ist Ihnen doch bekannt, dass ich hier völlig fremd bin.« »Nun, ich habe geglaubt, dass sein Name in den ganzen Staaten einen Klang hat. Oft genug war er in den Zeitungen.« »Was wegen?« »Nun,« antwortete der Bergmann mit gesenkter Stimme, »wegen dieser Sache.« »Welche Sache?« »Du, lieber Gott, nehmen Sie es mir nicht übel, aber Sie sind ein komischer Krauz, wie man so sagt. Es gibt nur eine einzige Sache in dieser Gegend, von der man spricht, und das sind die Rächer.« »Ich glaube, ich habe schon in Chicago davon gehört. Eine Mörderbande, nicht wahr?« »Ruhig, um des Himmels willen!«, rief der Bergmann, der vor Schreck stehen blieb und seinen Begleiter entsetzt anstarrte. »Mensch, Sie werden sich hier nicht lange des Lebens erfreuen, wenn Sie auf offener Straße derartige Redensarten gebrauchen. Karmancher hat schon wegen weniger dran glauben müssen.« »Nun, ich weiß schon gar nichts und rede nur so, wie ich es gedruckt gesehen habe.« »Und ich möchte sagen, daß Sie noch lange nicht alles gelesen haben.« Der Mann blickte sich verstohlen um, als er sprach wie einer, der die Dunkelheit nach lauernden Gefahren durchdringen will. »Wenn jemanden umbringen Mord ist, dann gibt es hier, weiß Gott, Morde genug. Aber sprechen Sie um des Himmels willen, den Namen Jack McKinty niemals in Verbindung damit aus, denn, Fremder, so wahr ich hier stehe, jeder Atemzug wird ihm hinterbracht, und er ist nicht der Mann, der jemals ein Auge über etwas zudrückt. Das dort ist das Haus, wohin Sie wollen, jenes, das ein bisschen von der Straße ablegt. Während dem alten Jakob Schäfter, dem es gehört, werden Sie einen der anständigsten Menschen kennenlernen, den es hier in der Stadt gibt.« »Bösten Dank,« sagte McMurdo. Nachdem McMurdo die Hand seines neuen Bekannten geschüttelt hatte, stapfte er, die Reisetasche in der Hand, den Pfad entlang, der zu dem Hause führte. Die Tür öffnete sich sofort auf sein kräftiges Pochen, und eine Erscheinung trat in die Türöffnung, die grundverschieden von dem war, was er erwartet hatte. Es war ein weibliches Wesen, jung, auffallend schön, von skandinavischem Typ, heller Gesichtsfarbe und blondem Haar, zu dem ein paar schöner, dunkler Augen, mit denen sie den Fremden überrascht betrachtete, einen eigenartigen Gegensatz bildete. Eine Blutwelle der Verlegenheit übergoss ihr blasses Gesicht. Wie sie so im Rahmen der Tür stand, glaubte McMurdo, niemals ein reizenderes Bild gesehen zu haben. Die düstere, niederdrückende Umgebung machte es noch anziehender, als es so schon war. Ein liebliches Pfeilchen, auf dem schwarzen Schlackenhalten gewachsen, konnte nicht überraschender wirken. Das Bild hielt ihn so im Banne, dass er sie wortlos anstarrte, bis sie endlich das Schweigen brach. »Ich habe geglaubt, es wäre Vater«, sagte sie mit einem angenehmen, leichten Anflug von schwedischem Akzent. »Wollen Sie ihn sprechen? Er ist unten in der Stadt, aber er muss jede Minute zurück sein.« McMurdo staunte sie noch immer in offener Bewunderung an, bis sie ihre Augen verwirrt vor dem gebietrisch aussehenden Fremden niederschlug. »Nein, Fräulein«, sagte er endlich, »ich habe es nicht eilig damit. Ihr Haus wurde mir empfohlen. Ich dachte mir schon, dass es mir gefallen würde, aber jetzt weiß ich es.« »Sie wissen es etwas schnell«, sagte sie schelmisch. »Das muss man, wenn man nicht blind ist«, gab er zurück. Sie lächelte geschmeichelt über das Kompliment. »Drehten Sie bitte näher«, sagte sie, »ich bin Eddie Schäfter, Mr. Schäfters Tochter. Meine Mutter ist tot, und ich führe hier die Wirtschaft. Sie können beim Ofen sitzen, hier im Vorderzimmer, bis Vater zurückkommt. Da ist er ja schon. Nun können Sie gleich alles mit ihm besprechen.« Ein schwerfälliger älterer Mann kam langsam den Pfad herauf. Einige Augenblicke genügten, McMurdo sich einzuführen. Er habe die Adresse von einem Freund in Chicago namens Murphy erhalten, der sie wieder von jemandem anderen hatte. Schäfter hatte keine Einwendungen. Der Fremde war mit dem Preis einverstanden, stimmte allen Bedingungen zu und schien über genügend Geldmittel zu verfügen. Für zwölf Dollar wöchentlich, vorauszahlbar, konnte er Zimmer und Verpflegung haben. Auf diese Weise geschah es, dass McMurdo, der sich als einen Flüchtling vor dem Gesetz bezeichnet hatte, sein Heim unter dem Dach von Schäfter aufschlug und damit den ersten Schritt zu einer langen Folge düsterer Ereignisse machte, die viel später in einem fernen Lande enden sollten. Untertitelung des ZDF, 2020